Hallo, hier ist der Maik und ich zeige euch meinen großen Würfel. Der ist 50 Blöcke hoch und breit. Warte, ich fliege ein bisschen weiter nach hinten. Da unten sind die Fenster. Und da wollte ich euch das zeigen mal. Ja, mein Megaprojekt ist noch nicht fertig, aber ich verrate euch nicht, was ich noch bauen möchte. Ja, so. Das ist mein großer Würfel. Ciao.